Mehr geht ja auch gar nicht. Mehr geht ja gar nicht an Städten, die wir bauen wollen. Denn die Rechenkunst, die Arithmetik, ist noch nicht so unglaublich weit entwickelt in unserem Englischen Reich. Wir hinken ja in der Wissenschaft ein bisschen hinterher und deshalb haben wir alle, und da schließe ich mich nicht aus, wir Engländer, ich auch als greiser und weiser Berater, Queen Victoria, sind wir beim Rechnen noch nicht weitergekommen, als das Zehn-Finger-System es uns erlaubt zu zählen. Denn neun Städte haben wir mittlerweile, das ist die zehnte, die wir jetzt gründen wollen, mit dem Siedler, den ihr dort seht, der mit dem Armbruchschützen bewacht wird. Und ja, bei der zehnten Stadt ist Ende. Ich wüsste nicht, wie ich als Verwalter des Reiches weiter zählen sollte. Mehr als zehn Finger habe ich nicht. Vielleicht künftige Generationen, wer weiß, wenn wir die Umwelt vergiften, wenn dann Mutationen kommen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da mit einem elffingrigen Greisen und Weisenberater noch eine weitere Stadt gründen und effektiv verwalten zu können. Aber das ist ja quasi mein persönliches Städte-Limit. Oder alternativ, die Forschung hochtreiben. Mittlerweile haben wir einen ganz guten Forschungs-Output. Und wir haben vor allem, ich will mal ein bisschen angeben und zeige es euch, einen gewaltigen Militär-Output. Wir liegen vorne, militärische Stärke, unsere Queen, 551, 551, militärische Stärke. Das ist schon sehr beeindruckend. Und erinnert euch, dass wir zu Beginn ein Volk der Kriegsdienst-Verweigerer waren. Puh, liegt das lange zurück. Woran wir aber auch denken müssen, wir wollen ja einen Kultursieg erringen mit archäologischen Museen und mit Archäologen. Und dafür müssen wir die Theaterplätze auch irgendwann mal bauen, auf denen dann die britischen Museen entstehen. Ich habe mir mal alle Städte, alle neun, die wir bislang haben, angeschaut. Und bei einer sollten wir dringend schon mal den Theaterplatz platzieren. Diese Stadt hier bei allen anderen macht es im Augenblick noch nicht so Sinn. Aber hier wollen wir mal einen einstellen. Das wird ja eh nicht richtig genutzt, das Feld. Und da gibt es auch nichts, was es zu roden gibt. Also, alles ganz gut so. Nichtsdestotrotz wollen wir den Bau des Händlers hier erstmal abschließen. Okay. Und ja, das war's. Und jetzt geht es auf eine Runde weiter. Und wir schauen mal, was hier passiert. Oben ein Barbarencamp mit einem Speerträger. Wir wollen durch die Pferdeweiden durch. Die wilden Pferde aufscheuchen. Mit unserem Siedler und unserem Armbo-Schützen dann zu diesem Süßwassersee rüberrennen. Oh, ein barbarischer Speer ist aufgetaucht. Fünf Runden noch, bis das Mittelalter endet. Mit ein bisschen Glück bekommen wir ein goldenes Zeitalter. Wir ziehen gleich nochmal weiter hier oben hoch. Okay. Wir müssen dran denken, das müssen wir jetzt jede Runde machen. Einmal kaufen hier. Einen Handwerker kaufen. Geht überhaupt noch nicht. Wir müssen erstmal den hier rausziehen. Die Liang hat ja mittlerweile die Fähigkeit, die Beförderungsstufe, dass sie Aqua-Zucht-Modernisierungen errichten lassen kann. Innerhalb der Stadt, in der sie Ruaneurin ist. Also hier konkret. Und das macht dann dieser Handwerker. Den schicke ich gleich mal hier hin. Und jetzt können wir hier die nächste, den nächsten Handwerker kaufen. Mit dem Bonus, dem Gold-Bonus, den wir fürs Kaufen noch haben. Der bleibt hier an Autorenstelle. Der Schwertkämpfer zieht hoch und hilft ihnen hier gleich beim Vertreiben der Barbaren. Der Speer. Wir rennen mal ein gutes Stück voran und wir stellen fest, die Welt ist klein. Die Araber und die Inder sind Nachbarn. Dem Speer geht es ins Wasser, um noch dieses Bonus-Dorf hier aufzudecken. Mal gucken, was wir dort an dem Boni bekommen können. Bibliothek fertig. Nächster Schritt. Mal nicht die Universität, die dauert mit 16 Runden doch sehr lang, sondern den Theaterplatz. Der ist schon angebaut oder errichtet hier. Den ziehen wir jetzt durch. Liverpool. Wohlwohnraumprobleme, das kann passieren. Produktionsbonus. Sollte aber nicht so den großen Unterschied ausmachen. Oh, hier können wir schon Theaterplatz hinstellen. Ne, das geht aber nicht. Wir haben nicht genug Bevölkerung. Okay. Wir haben ja schon die Beschleunigung durchgeführt des Handwerkers. Also eine Runde weiter. Immer gucken. In fünf Runden endet das Mittelalter. Dass es bis dahin alle Handwerker gebaut, beschleunigt haben. Beschleunigt haben. Denn das ist ja bis dahin noch preiswerter. Meine Beförderung. Hinduisten und Islamisten. Immer diese Isten balgen sich um die religiöse Vorherrschaft. Das ist mir sowas von Schnutz und Piepe. Wir haben uns ja zum... Ähm, wir wollten ja eine Religion gründen und durften nicht. Und sind jetzt deshalb aus Not Atheisten. Nein, wir haben ja unser Pantheon, das wir verehren. Die Steinbrüche. Attacke. Der Speerkämpfer, der aus seinem Barbarendorf rauskommt. Aus seinem Barbarenlager. Verpacken, verpacken und in Masse produzieren kann, ist weder wahr noch kurz. So, wir können jetzt Schiffswerften auf die Royal Navy Werft draufsetzen, wo schon ein Leuchtturm stand. Bekommt dadurch mehr Gold, mehr Nahrung und einen Produktionsbonus. Falls wir einen hohen Goldnachbarschaftsbonus dort haben, haben wir meistens. Das finde ich schon mal sehr verlockend. Und das Weltwunder ignorieren wir noch. Hier splitten wir das. Äh, machen wir die beiden mal auseinander. Nehmen uns unseren Siedler. Ziehen hier hin. Und wir runden unsere nächste Stadt. Und hoffen, dass uns das nochmal einen Zeitalterpunkt bringt. Drei fehlen uns für die nächsten vier Runden, um ein goldenes Zeitalter zu bekommen. Bringt uns das Zeitalterpunkte? Und wie viele? Drei! Ja! Pothmoth ist die neueste Stadt unseres wachsenden Reiches und andere Zivilisationen beäugen sie voller Bewunderung. Und das bedeutet? 65! Wir haben ein goldenes Zeitalter geschafft! Allein dafür hat sich die Rekrutierung, hat sich der Bau dieser Stadt ja gelohnt. Und ein Dankeschön an alle von euch, die mich daran erinnert und gemahnt haben. WB, zieh rüber und bau da eine Stadt. Ich glaube, ihr hattet das jetzt nicht im Auge mit den Zeitalterpunkten. Aber auch so macht das ja Sinn, dass ihr mich da rumgescheucht habt. Hier ist prompt ein Schwertkämpfer entstanden. Ihr wisst warum. Das ist ja die Pax Britannica und der Bonus unserer Queen Victoria. Wenn wir auf einem fremden Kontinent eine Stadt errichten, bekommen wir eine kostenlose Nahkampfeinheit. Und davon haben wir dann sofort auch Nutzen. Hier können wir noch eine Beschleunigung. Können wir hier direkt reinziehen? Nein. Hier ziehen wir eins vor. Der macht ihn ja fast alleine platt. Holen wir uns erstmal die Beförderung. Damit künftige Erfahrungspunkte nicht vergebend sein werden. Die werden ja sonst nicht angerechnet. Dann können wir mit dem Schwertkämpfer eigentlich schon wieder woanders hin marschieren. Weil, ähm, so viele Einheiten brauchen wir da oben. Oh, da kommt ja dieser Speer. Und der will uns ärgern. So, hier können wir das erste Mal überhaupt eine Fischzucht errichten und machen das. Machen das aber erstmal hier eins weiter raus. Wir wollen ja nachher da oben hinziehen und wollen die, ähm, die Punkte ja nicht verschenken. So sieht die Bewegungspunkte, so sieht eine Fischzucht aus. Aha. Vier Nahrung. Wow. 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 Und warum vier? Weil direkt neben einer Fisch- und Brunus-Ressource gelegen und weil wir einen Leuchtturm haben. Und weil hier, es ist einfach fantastisch. Das ist echt glorreich. Wie gut, dass wir ein Akküdukt produzieren, wir wüssten sonst gar nicht wohin damit. Mit unserer Nahrung. Der nächste Handwerker ist fertig und den wiederum schicken wir da mal hoch hier oben hin, um zu roden. Damit wir schneller den das Akküdukt fertig haben. Hier können wir jetzt wiederum den nächsten Handwerker rekrutieren. mit einem extra Aktionspunkt. Händler fertig in Jerusalem, hat seinen Weg beendet. Den schicken wir, ähm, nee, der ist nur entstanden. Der ist ja gebaut worden, ne? Genau. Also nach London ist ja anscheinend schon jemand unterwegs. Dann schicken wir den natürlich nach Portsmouth und von Portsmouth aus in Richtung London. Damit die Stadt blüht, wächst und gedeiht und massiv an Nahrung und an Produktionsbonus durch diese interne Handelsroute bekommt. Stadtmauer lassen wir erstmal weg. Wir kaufen, können wir uns ein Monument kaufen, können wir. Wir denken aber erstmal an die Handwerker, die wir brauchen. Ähm, das hat noch Zeit. Wohnraum ist groß genug. Wir können einen Kornspeicher bauen, denke ich mal. Also den müssen wir nicht kaufen gleich. Stadtmauer, ja. Kann man hier auch nur kaufen, kann man hier auch nur bauen. Lass uns das doch machen, Mensch. Dann bauen wir hier, ähm, die Stadtmauer. Weil die ist halt nicht kaufbar. Im Gegensatz zum Kornspeicher und im Monument natürlich. Der Schwertkämpfer hier bleibt an Ort und Stelle. Ich lasse sie auch deshalb soweit im Osten, weil der Einzige, ihr seht es rechts oben, der uns nicht leiden kann, ist Hojo Tokimune. Der Herrscher des japanischen Reiches und der ist ja hier ein bisschen in Kuk-Reichweite. Das sind die Koreaner. Und wo ist denn Hojo? Hier irgendwo, ne? Da oben ist er, in weiß. Und er ist auch gefährlich, weil er halt für diese Inselkarten, das hatte ich ja schon mal erzählt, hat er mächtige Boni. Mächtige Kampfboni. Einmal an Land, bitte. Mit dem Speer hier kommen wir im Augenblick nicht weiter. Oder klappt das? Doch. Nein, es klappt nicht. Was macht der denn da? Unglaublich, der nimmt Anlauf. Ich weiß es nicht, das brechen wir gleich mal wieder ab. Das hatten wir schon gefeiert. Da ist auch nichts Neues hinzugekommen. Barbaren näherten sich. Da fehlt mittlerweile ein Tee. Forschung wählen. Mehr Gold durch Steinbrüche. Das macht Sinn. Wir haben doch Unmengen an Steinbrüchen. Das holen wir uns. Geht nur über den Steigbügel. Dann kommen wir doch hin. Jerusalem. Händler abgeschlossen ist klar. Theaterplatz bauen. Ja, Schiffswerft ist schön und gut. Plus 5 Produktion. Wow. Also das wird ja was bringen. Mann. Das ist der, ne? Ihr seht es ja. Bonus auf Produktion, der dem Nachbarschaftsbonus des Hafenbezirks entspricht. Wir haben im Augenblick nur 16 Produktionen hier. Das wäre also ein Drittel mehr etwa. Wow. Bin sehr beeindruckt. Dauert aber stolze 18 Runden. Der Kauf. Wahrscheinlich auch schweineteuer, ne? 1160. Dann der Bau des Theaterplatzes. 15 Runden, ne? Dann machen wir es anders. Dann bauen wir tatsächlich eine Schiffswerft. 18 Runden. Na, wollen wir gleich nachher ein bisschen roden. Wir ignorieren sie einfach. Ausgerechnet. Die soll, die soll mal uns hier des Expansionismus bezichtigen. Unfassbar. Wer hat denn den Krieg irgendwann mal gegen uns angefangen? So. Jetzt ziehen wir mit dem Handwerker, den wir gekauft haben. Ähm. Hier ist noch der Magnus. Falls wir hier roden, dann jetzt, solange er noch da ist. Und nicht vielleicht mit Yang die Plätzchen tauscht. Hier roden beispielsweise. Ich glaube nicht, dass wir den Regenwald doch lange behalten werden. Jetzt sind wir, bevor ich es vergesse, hier kaufen wir jetzt natürlich noch mal einen Handwerker. Ich habe die Möglichkeit, um uns mittlerweile noch mal einen Händler zu bauen. Weitere Handelsroute zu erschließen. Barbaren nähern sich. Na ja, nähern sich. Die stehen ja einfach hier drin. Da ist es einmal Feuer frei, bitte. Die killen die ja ganz von alleine. Dann wollen wir uns... Kommt er in einem Rutsch durch? Mutmaßlich auch. Nein. Jetzt hoffe ich mal sehr, dass uns niemand anders das Barbarenlager und es eine Plünderung vor der Nase wegschnappt. Das ist ja ein bisschen bitter. So, hier wollten wir ein Theater errichten. Im Augenblick wird hier ein Akküdukt gebaut. Da fehlen uns noch um die 70. 75 waren es, glaube ich. Roten bringt hier 129. Sicherheitshaberbar checkt. Ist das Feld auch tatsächlich unserer Stadt zugeordnet? Nein. Nein. Ja, dann holen wir uns das mal holen. Dann sind es aber nur 86. Ach, ich verstehe. Der Rotungsbonus war wegen Magnus. Weil der die plus 50% bringt. Gibt es ein Bauprojekt, das wir hier beschleunigen wollen? Wir könnten hier sehr schnell eine Universität bauen. Die Schiffswerft plus drei Produktionen nur. Wir haben plus 24. Hier ist der Bonus nicht ganz so groß. Oh, im Regierungsplatz können wir ein weiteres Spezialgebäude bauen. Was bringen die uns denn? Also ich habe auch hier den Theaterplatz nicht vergessen, aber noch können wir keinen bauen. Es fehlt uns an Bevölkerung. Außenministerium bringt, Ausheben von Militär in Stadtstaaten kostet nur halb so viel Gold. Also ist alles ganz gut. Bei allen kriegt man Gouverneursdittel. Übrigens ist alles ganz gut, wenn man viel auf Stadtstaaten setzt. Für uns mäßig interessant. Geheimdienst. Stärkt uns bei der Spionage. Und das wiederum hilft uns vor allem auch bei der Gegenspionage. Und das finde ich ganz praktisch. Dank Kapelle des Großmeisters für uns komplett uninteressant. Glauben ist uns ja vollkommen egal. Also der Geheimdienst, den zu beschleunigen und den extra Gouverneursdittel dazu zu bekommen. Ähm, das finde ich gut. Also das könnten wir uns einstellen. Alternativ die Universität wegen der Plus-4-Wissenschaft. Das wären immerhin fast 5% mehr Wissenschaft. Irgendein Weltwunder, der uns anlacht und sagt, du brauchst das. Ihr braucht das für einen Kultur- oder einen Archäologiesieg. Von denen, die ermöglichen. Oh, alter, 3 Gouverneursbeförderung. Ja, cool, aber 35 Runden. Nein. Nein. Also dann schreit alles tatsächlich danach, den Geheimdienst hier zu bauen. Das geht ja auch nur hier. Wir haben ja nur einen Regierungsplatz. Also das macht schon Sinn. Und das bringt uns wie viel? 290 brauchen wir dafür. Und jetzt wiederum können wir hier Genau. Und das hier holen. Und schon mal einen Theaterplatz dort platzieren. Mal verbauen, ist das Aquädukt fertig. Ein weiterer Händler, den holen wir uns nachher, den Handwerker, da haben wir dran gedacht, alles klar und weiter. So, der Handwerker hier richtet jetzt auch noch hier eine Fischzucht. Der Händler ist ja angekommen, rennt rüber nach London, plus 3 Nahrung, plus 4 Produktionen, wow. Und 2 Gold oben drauf und 2 Gold oben drauf und dadurch sollte die Stadt sehr schnell wachsen. Das ist echt eine super coole Geschichte. Und so geht es aber schneller. Und wir können uns mit Glauben noch nichts kaufen, aber wir können uns eine Handwerker kaufen. Hier für 315. Ich stelle fest, so langsam geht uns das Gold alle für den Kauf von Handwerkern. Es sind noch 3 Runden, also 2 eigentlich noch, in denen wir die kaufen können. Das kriegen wir hin, 2 Käufe. Dann haben wir Einkauf hier oben. Einfach weil wir hier an Ort und Stelle ja auch einen brauchen. Und einen Glauben. Einen mit Glauben kriegen wir auch noch hin. Übernächste Runde, das klappt haargenau. Punktlandung. Oh, mal schauen, was das hier bringt. Oh, cool. Heureka. Belagerungstaktiken. Schießpulver auch noch. Unfassbar. England wagt sich in Gewässer, die zuvor nur weniger erblickt haben und umsegelt die Welt. Und das schafft man sogar auf dem Landweg mit unserem Sperr. Nein, ganz im Ernst. Wir haben bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern zumindest bei Civ6, ein Globus, bekommen 3 Zeitalterpunkte dazu. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Zimmer zu sagen, pflegt 3 Zeitarbeiterpunkte. Die Veteranen auf diesem YouTube-Kanal wissen, warum ich das sage. Und die, die es nicht wissen, mögen die Veteranen fragen und die erklären das sicher gerne in den Kommentaren. Sehr schön. Weltumsegler. Weltspaziergänger. Einmal drumherum gekommen. Mal schauen, was hier liegt. Bernstein. Damit haben wir tatsächlich stolze 68 Punkte und drei mehr, als wir brauchen. Echt traumhaft. Hier sind Barbaren. Wir waren Barbaren. Okay. Händler müssen dran denken. Verschiedene Booster bekommen. Und Saladin hat Kotoku-In abgeschlossen. Das Weltwunder. Bei dem ich ja wieder nicht auswendig weiß, wozu es gut ist. Es sind einfach zu viele Weltwunder im Spiel. Oh, schaut euch das mal an. Ein weiteres Weltwunder, das im Bau ist. Wir haben jetzt Runde 144 und sollten wir in die 145 kommen. Darum wird noch gekämpft. Können wir auch neue Handelsverträge abschließen. Die wenige Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel. Aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Die haben uns geholt die Forschung auf dem Weg zum Bankwesen und zu mehr Gold durch die Steinbruchmodernisierung. Plus zwei. Wir sind jetzt bei Runde 145. Kennen dadurch auch das ein oder andere, den ein oder anderen an Handelsaktionen hier durchführen. Hier müssten wir eigentlich doch hinkommen, wie das geht. Wir müssen sogar hier unten hinkommen. Oh, schön. Interessant. Und hierhin auch. Ja. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben mit Son Doc, da hatten wir bislang Bernstein vertickt. Und wir hatten ja außerdem noch Gewürze verkauft. Mal schauen, ob das noch möglich ist jetzt. Das ist jetzt ausgelaufen. Das sind die Gewürze. Bernstein hat sie mittlerweile selber und will von uns nichts haben. Läuft das denn überhaupt nach euch nicht vertan? Mit der runden Zahl. Schauen wir mal hier oben in den Ressourcen nach. und stellen fest. Ja, das ist das Vorkommend, dass wir zu viel haben. Ja, Gewürze. Hatten wir eher bislang verscherbelt. Wo ist denn denn Bernstein? Ich sehe das Bernstein. Ach, ist Bernstein eventuell nicht mehr eine Luxusressource? Ist das jetzt bei dem Epochenwechsel oder wie auch immer weggefallen? Aber sie hat ja Bernstein. Ich kann hier Bernstein gar nicht sehen. Aber wir besitzen doch Bernstein. Und werfe ich hier irgendwas? Wir haben doch Bernstein. Wir haben das auch kultiviert. Also abgebaut. Werfe ich hier irgendwas durcheinander? War das eventuell gar nicht Bernstein? Waren es unter Umständen Gewürze? Sagt mal. Ist Bernstein von der Karte verschwunden? Ja, ne? Bernstein ist nicht mehr da. Das ist anscheinend... Fällt das bei einem Epochenwechsel weg? Weil es einfach nicht mehr als luxuriös gilt? Davon steht hier nichts. Aber ich kann Bernstein nicht mehr sehen. Und in der Liste taucht es nicht mehr auf. Aber sie hatte das doch gerade. Hier steht Bernstein. Oder haben wir Bernstein von ihr bislang die ganze Zeit bekommen? Ich hoffe, alles ganz furchtbar durcheinander. Also das Rätsel lüften wir mal zu Beginn der nächsten Folge. Ich glaube, der greise und möglicherweise nicht immer weiße Berater, der Queen Victoria, dieser gewisse WB, der muss noch ein bisschen in sich kehren und vielleicht mal seine Berater fragen. Damit er ein bisschen klüger ist und den Durchblick hat.